hallo und herzlich willkommen zu let's play overwatch ja und ja wir spielen wieder schnell suche was soll was soll ich hoffe diesmal gewinnen ein paar runden ich hoffe es nicht auch nicht nur sondern wir ich weiß dass wir jetzt gewinnen wir wollen dem letzten match auch direkt das ist schön ich nehme mal ich weiß nicht ob ich torbieren nehmen soll soll ich ich nur torbieren und hoffe dass ich da was hin kriege das ist übrigens der holz skin also holz und ich weiß nicht was das für ein metall ist irgendwie keine ahnung vielleicht ist es auch eine nur eine legierung wie die fachmenschen experten das sagen ja unser team ist ausgeglichen unerwartet ich will speed haben speed speed der dinge sein elf boost so nicht der hat gerade sein health boost gewusst ist wieder mich jetzt auch hier keine geschwindigkeit ich muss hier oben hoch übrigens ich will mein turret nämlich wie der andere typ hier entstellen ich werde es so machen dass wir es so machen dass der die ecke noch bekommt aber da ich will nicht dass man das vom dach aus da abschießen kann deswegen ist hier glaube ich eine ganz gute teil da kann man kann man auch hier gut abschießen und das ist übrigens die holzverkleidung so ziemlich hölzern aus und dieses metall sieht auch so passend zum holz ist das das sieht auch wirklich sehr schön aus hier vorne ist ein x und hier ist so ein das teil was man sieht wenn er auf einen schießt finde ich ganz gut und hier steht mal wieder auf seinen vier füßen sehr toll ja hier sind auch noch zwei schrauben natürlich ist natürlich so ein selbstbau kit ich sollte nicht von hier schießen weil man dann direkt weiß von wo links ist und er ist tot perfekt ich habe dir mal wieder geholfen also es hat noch niemand mein geschütz angegriffen das ist schön ja da hinten sind die welche wie das war das noch mal mit nicht von hier schießen egal stelle ich mich hinterher vor mein geschütz oberst ne ständig nein shit shit was hatte mein geschütz jetzt angewerfen ich wollte mein geschütz noch beschützen aber irgendwie ach die war war hinter mir plötzlich die habe ich jetzt rein gar nicht gesehen überhaupt rein gar nicht vielleicht gehört aber gesehen nicht so das gegnerische team ist gerade ganz ordentlich gestorben von unserem team das finde ich nice ich glaube auch die gefahr ist da jetzt weg ich kann da wieder mein geschütz aufstellen nein nein bitte nicht bitte nicht kommt schon kommt schon kommt schon kommt schon könnt ihr besser reingehen ich hoffe die sehen das jetzt nicht weil ich wollte es noch rein gar nicht bereit was soll ich denn jetzt machen das war knapp sie haben das nicht angenommen zum glück aber die nehmen jetzt kann ein ich schieße ich schieße schon wieder voll auf mein geschütz was wollen die denn immer weiter oh mensch die haben echt was gegen mein geschütz habe ich das gefühl oder schade ja mir gerade auch glaube ich jemanden tipp gegeben kein fenster zwerg hat er glaube ich gesagt das ist ja okay dann hätte ich wohl kein ja ist okay da oh gott oh gott oh gott ich gebe er weg tschüss nein tschüss 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 oh man wieso kommen die denn jetzt alle hier wieso kommen die ja alle an das ist echt doof echt doof hier ich hoffe mal hier kann das ausrichten ja perfekte maillard wand direkt vor mein geschütz jetzt macht mal nicht mein geschütz kaputt ja du stirbst noch du stirbst noch so bitte ja der mech ist endlich tot und was will der denn also das ist jetzt echt nur ich von dem nein nein mein geschütz mein geschütz mein geschütz ist halt nicht kaputt nein könnt ihr bitte auch für mein geschütz abzuschießen ja das ist schon besser mich könnt ihr abschießen aber nicht mein geschütz ja irgendwie irgendwas ich weiß auch nicht was mich jetzt direkt abgeschossen hat es waren drei hintereinander folgende schüsse also wahrscheinlich ein lucio also meine ulti ist jetzt schon weg ich brotze die aber ganz ordentlich weg hier ich glaube es ist nur halbwegs ordentliche position mein teil kann ich leider keine rüstung geben ich habe irgendwie das gefühl dass sie gleich hier kommen soll man schon hier kommen oder ist denn da sind da habe ich gerade ein luken gesehen ich glaube da kommt gleich ein teleporter genau den meinte ich einer der sich teleportiert wollte ich sagen was machen wir denn schon wieder hier wir haben mein geschütz kaputt gemacht oh ne ne ich schon wieder die machen das irgendwie ziemlich offen mein geschütz kaputt machen so ich sollte ich sollte das lieber hier rein machen eigentlich aber hier hier sehen die das nicht direkt das geschütz also hier haben die nicht direkt ein position zum abschießen es ist nämlich schwer das zu hüten vor allem wenn ich davor stehe so das ist wohl der einzige gegner der hier gerade rumschwirret ist ja auch ganz gut ich könnte hier auch mein geschütz drauf machen habe ich auch ganz oft schon gemacht oh nein oh nein ich schieße wieder auf mein geschütz es fängt mich mal wieder die position zu ändern aber ne mein geschütz ist noch da das ist übrigens gerade die gegner ist die war hier runtergefallen das habe ich ganz genau gehört so okay und ulti hat mein geschütz nicht getroffen cool und jetzt schießen die glaube ich auf mein geschütz oder ja da schießt irgendwas auf mein geschütz gerade so jetzt können wir ruhig wieder oh wasch nein nein bitte nicht bitte nicht lieber bitte nicht ne bitte nicht lieber oh gott oh gott nein 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 oh hätte mich fast gerettet schade ich wäre fast um die ecke gekommen leider nicht direkt habe es nicht direkt geschafft ist umköpft da sind zwei leute drauf jetzt nur noch der sniper der supporter also der macht ja nicht so viel schaden deswegen kann man den auch ganz einfach weg machen das ist unsere gerechte schafe angeblich kann ich schon wieder so hier wollte ich mein geschütz rein machen da kann man den auch nicht von der seite so abschießen die gegner können das auch dann besser abschießen ich bin gerade schon wieder auf mein geschütz geschossen jetzt werde es gefährlich werden mein geschütz rüstung gibt es in der ecke würde ich sagen ne von hinten schon hier ich glaube von da ja kein ding schon weg ist er ich mag torbjörn eigentlich mit seiner shotgun oh nein oh nein oh nein schießt schon wieder direkt an der gelben stecke nein nein die schießen wieder auf mein geschütz nein ach schade habe es nicht ganz geretten können ich hätte es auf die linke seite englisch treffen müssen auf der rechten hat der sniper mich gerade so bekommen ich glaube auf der ja nein ich habe mich getroffen ganz ordentlich ich lasse mich mal von duch zu heilen äh ja jetzt übrigens rüstung wenn ihr die braucht liebe kollegen und da ist wieder einer was mein geschütz nein nicht mein geschütz auch nicht mein geschütz oder schießen doch jetzt nicht auf mein geschütz oder pam 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 und wieder voll und meine ulti ist bereit geil meine ulti und hier sind zwei unnette Typen einer ist tot und shit ey shit ich mache mal mein geschütz hier auf ich ändere mal die position damit rechten die nicht und jetzt ups alter ich wusste nicht dass die range so groß ist egal ist ja nochmal Glück gehabt noch wegen Luscio zum Glück war Luscio da pju so so habe ich mir das vorgestellt doch ja Rüstung eine Rüstung auf den Rüstungshaufen allerdings ich hoffe hier kommt keine Diva von hinten ist nämlich uncool sie war ziemlich gut aus für uns also ich glaube wir sollten jetzt nicht so große Probleme haben mit dem Gewinn also schon am Ende wir brauchen ja nur ein paar einen guten Push versuchen dann haben die es dann müssen wir einfach hoffen dass der Junkrat nicht mein geschützt bekommt oder so oh 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 ja ich glaube Junkrat will meine das Teil wegnachen ich hoffe der Dach geht jetzt nicht auf mich ne ich glaube da kommt gleich unsere gerechte Strafe wieder so da kommt er weg so weg 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 mein geschützt ist weg ist jetzt mein geschützt weg shit meine OT geht genau dran weg wenn ich ein neues Teil weg machen will hm egal hier ist Rüstung ups nein nein bitte nicht bitte nicht bitte nicht geht weg geht weg ja fast down ja down okay ich hatte schon Angst dass sie fliehen flieht nein nein dachte der schießt diesmal auf mich aber ne der schießt mir nicht gerne auf mich so und ich bin fast down und darf nur hoffen dass die jetzt nicht mein geschützt kaputt machen okay ich gehe nochmal Glück habe nochmal nochmal Glück gehabt jetzt brauche ich aber ein Lucio danke danke äh Rüstung ich habe keinen Schrott mehr ich würde eigentlich die Rüstung von mich nehmen aber dann dachte ich nee so unfreundlich bin ich jetzt auch nicht und meine Ulti ist mein Ulti braucht noch zu lange ich weiß nicht ob wir es jetzt noch schaffen weiß ich sie können brauchen wir noch zum Gewinn oh das war unnötig ein bisschen aber egal nein 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 okay mein geschützt ist weg leider und die Nebepunkte einen shit ja Ulti bereit pam 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 komm schon ja zum Glück ist meine Ulti jetzt bereit also das ist eine gute das war ein guter Ort zum oh Gott das war echt zum Glück hatte ich da meine Ulti bereit sonst wäre das vielleicht nicht so glimpflich ausgekommen uh das war am Ende nochmal richtig ach schwerwiegend und ich habe Highlight des Spiels yeah wie erwartet was habe ich denn gemacht ich habe ja zum richtigen Moment meine Ulti aktiviert oh Gott sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht bekommen gut ja ja schön nice 16 Geschütz-Kills alter ein drittel an Assists phew ja das war das war nice am Ende phew der hat 36% des Team Schadensgehalt das ist auch ganz nice und übrigens waren wir nur wir hier das ist auch ganz okay nur zwei Silber und ein Bronze da bin ich aber eigentlich ganz zufrieden weil wie man gerade gesehen hat das war eigentlich keine schlechte Leistung würde ich jetzt so sagen ne weil ich wieder selbst loben wie immer kommen wir direkt schon zur nächsten zum nächsten Match achso schon wieder schon wieder ich habe wohl Sky Industries naja egal Angriff ich wollte gerade schon na geht dann nehme ich hier mal wie heißt die nochmal ich vergesse mal die Namen Saja hier gibt es einen Infoknauf wusste ich gar nicht ich dachte man kann nur eins drücken geht Schwierigkeit drei Sterne hm ok ausnahmsweise und unser Team kann sich gerade nicht entscheiden ist natürlich verständlich ist auch manchmal ziemlich schwierig sich zu entscheiden wir brauchen noch ein Lucio oder eine Mercy wir brauchen noch ein Lucio oder eine Mercy wäre auf jeden Fall besser weil ähm der Halt zwar jetzt mehr glaube ich so war das glaube ich aber immer noch nicht genug so das kann man leider nicht drehen ich dachte irgendwie gerade dass man das machen kann so ok das ne kann man das irgendwo hochschießen so dass das runterkommt sieht immer so knapp aus hier vielleicht ne geht wohl nicht schade oh jetzt kann ich aber den Topf umkippen das Bild geht wohl nicht von der Wand das ist nämlich massive guck mal das hält den Stand ist echt ein tolles Bild kann ich das kaputt machen nö den Topf kann ich doch bestimmt ne ok also da links würde ich ja auch aufpassen da könnte ein Lucio kommen und alle runterstoßen jetzt mal wieder ungeduld ne ich nehme mal meinen Bruch so ich habe die Feuerwehr gehabt das ist natürlich ein interessanter Spruch so 5 4 3 2 1 0 er legt schon mal seinen Schuss auf und äh zu spät früh was auch immer ok die wollen hier dann wohl nach links rüber das kann ich leider nicht machen ich sage es mir jetzt nicht so so ist jetzt nicht so dafür ausge ausgelegt da werden wir reingehen oder da werden wir glaube ich hier über die Lücke oder er macht gerade noch nichts jetzt wird er reingehen und Schaden nehmen so es reicht für Schaden jetzt habe ich ein bisschen Ladung oh 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 nein 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 also das Küschlitz ist ungefähr da hey hey ich dachte ich kriege vielleicht gleich neige wir stecken hier gerade ein bisschen fest und ich bin wieder früh live weil ich so viele Schilde habe äh so viel Rüstung meinte ich Rüstung was sich regeneriert und die ist tot da wollte ich noch ein Schild geben aber ne und weg ist der mit Teamwork und die soll auch mal weggehen ey Alter Alter was ist das denn für eine Wall hm können wir auch mal reingehen oder jetzt nicht so aber hier ist zu viel los finde ich gehe wieder zurück äh ok das Geschütz ist weg äh ich bin gefangen so die ist auch weg so das ist ne ne das finde ich schön so wir steigen hier uns gleich an ich gebe Junkrat gleich hin Schild oh Gott der ist auf jeden Fall weg weiß jetzt auch nicht wie ganz wie aber ich nehme den Punkt ganz ordentlich ein bin ich eigentlich ja ganz ja ich bin der einzige Tank ok ist ja nicht schlimm der soll jetzt nur nicht sterben mhm ja so die sollen hier nicht kommen Achtung 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 ok alle sind ausgewichen und wir haben den Punkt so wir gehen natürlich alle hier lang weil das offensiv ist immer beste Defensive oder so Angriff ist das beste Verteidigung und so und der ähm der Geracher verschlingt euch das ist auch schön ich glaube hier von hier so der soll mal weggehen weil den treffe ich gleich von hier oben und der ist gleich down ja down ist er die Heilung nehme ich mal und ich gehe mal hier lang und die haben geschützt hier das könnte ich aber ein bisschen mal weg machen aber sie ist schon weg na gut ah shit die haben geschmeißenden Kern gerade aktiviert ich wollte dem gerade helfen das zu stören äh ich könnte ja ein bisschen damagen auch wenn ich gerade nicht viel habe na gut ich kann das Geschütz auch weg machen ah ich habe irgendwas getötet ich weiß auch nicht wie weil das ist gerade alter die Protekte ich werde ja gar nicht von dem getroffen und Geschütz ist weg so und jetzt jetzt bin ich auch ein bisschen hier eingeengt oh wie auf dem Jahrmarkt wir sollten hier mal rauf gehen finde ich so nein ich war da gerade shit ich hab doch ich wollte jetzt da alle an der Wand äh festnageln mein Ulti habe ich leider jetzt schon verbraucht schade eingenommen haben wir das jetzt auch kein Stück hat uns leider nicht weitergebracht aber wir haben ja noch 6 Minuten das läuft also ganz angemessen dann braucht er ungefähr 5 Minuten um das zu einzunehmen so man hat das 5 Minuten Zeit nein geh weg geh weg geh weg so geh weg geh weg weg ist der so der hat mir genau 100 Schaden gemacht interessant äh wo gehen wir dann am besten jetzt hin wer weiß jetzt nicht wo das kam doch weiß Leute schießt mal auf mich danke jetzt habe ich 50 Ladungen älter der hat Schaden gemacht hätte Schaden gemacht jetzt gehen die aber direkt auf mich schön hier um die Ecke schießen ich glaube das kann er ganz gut äh wie heißt die nochmal Algar jetzt wird es Frost ich wollte hier eigentlich sagen Algar so jetzt wollte ich eigentlich ein bisschen damagen ich geh mal hier hoch down schade ah na schade so der eine Camp da in der Ecke aus irgendeinem Grund und ich wurde gehittet ganz gut shit und konnte nicht mehr fliehen und wir haben jetzt einen zweiten Tank das ist schön das finde ich gut so ich weiß nicht ich glaube unser Team splittet sich zu sehr auf oder ich splitte mich zu sehr auf ich muss mal mit meinem Team mehr gehen naja links sind zwei rechts sind zwei sieht jetzt aber auch nicht so gut aus mit unserem mit unserem Team hier sollte ich eigentlich nicht eingehen egal so geht da mal nicht steht sterbt man nicht wollte ich sagen so die gehen wir alle weg oh 60 Ladungen das ist gut das ist gut nein nein das ist nicht gut das ist nicht gut ich muss weg mh auch schon wieder der einzige da ich muss mal mit dem anderen Tank gehen ich glaube dann könnte ich das gut machen also da rechts verteidigen die glaube ich nicht zu gut wir müssen da glaube ich links lang gehen aber erstmal müssen wir uns sammeln hier würde ich sagen da wird wieder oh das hat weh 60 Schaden gemacht naja regenerative wieder so sterbt hier mal nicht genau schön weg nein 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 das ist so knapp müssen wir durch so geht mal durch geht mal durch mh mh sieht mal noch nicht so gut aus so das geschützt ist weg shit schon wieder gestorben oh genau wann er seine Ulti anhat schade mh ist wieder doof gelaufen mit der Ulti schade 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 die Medaillen droppen auch gerade wieder ich hatte mal eine Goldmedaille hier im Spiel jetzt auch nicht mehr hm ich weiß auch nicht wie ich da direkt angreifen soll wieso haben wir eigentlich so eine so eine so eine halt so ein Objekt egal ich schleich mich mal wieder von hinten an vielleicht bringt es ja was so ich habe Schilder bekommen so oh ich hoffe niemand greift mich an was wir nehmen den Punkt ein oh ne nehmen wir den Punkt jetzt ein oder nicht ja shit ich wollte ihm gerade im Shitpaket passen nein keine Abkühlung so ja geht mal weg bitte ja geht mal weg genau ein dritter haben wir jetzt ein dritter haben wir shit ja da konnte ich nichts mehr machen so ein 4 gegenwärts ist jetzt auch nicht so das einzig wahre jetzt haben wir den Reaper okay unser Team ist noch ausgeglichen okay wie machen wir das jetzt ab jetzt also ein dritter haben wir jetzt gemeinsam noch geschafft ich weiß nicht ob wir jetzt äh weiterkommen ich habe da Sorgen der Tank ist schon wieder gestorben ich weiß auch nicht wie die es immer schaffen als Tank ist der beste Tank der sich auch noch selbst heilen kann so leicht so schnell sich töten zu lassen weil die können sich selber heilen und so das ich finde das ist unmöglich die sich naja egal äh weiß jetzt nicht was wir machen sollen weiß ich echt nicht was wir machen sollen also ist er mal weg wo ist die es ist nicht Mai es ist Juli macht er schon wieder so ein äh ja oh oh ich bin wieder Gold ich bin wieder Gold und wir haben seit wann haben wir denn Teleporter irgendwie wäre das gerade komisch so äh ich bin gerade ein bisschen verwirrt ich bin gerade ich war gerade zu irgendwie verwirrt ich weiß auch nicht wie das kam sind die Teleporter weg shit schade er kann doch drüber hingehen schade ich glaube ich kann für eine neiga 10 Sekunden ich gehe mal hier rein für äh für für was eigentlich für Verlängerung genau Verlängerung so rein na das war eine gute Position von der Icewall ja wieder ein Match gewonnen und ein Verloren auf derselben Map ja hat aber Spaß gemacht die Matches das erste mit äh Torbjörn war auch ganz lustig so was hat die denn so gemacht ach da war ach so das der Teleporter war auf der Plattform es war ganz zum Schluss da konnten wir ja noch ein bisschen eingenommen leider nicht genug mhm leider nicht aufgelistet auch wenn ich hier eigentlich mit Gold äh sein sollte ich habe ja eine Goldmedaille oder ich habe doch eine Goldmedaille oder ja guck ich habe eine Goldmedaille also war ich eigentlich nicht so schlecht und Stufe 77 Lootbox erhalten ne Lootbox was ist denn in der Lootbox oh Legendary Legendary ich habe schon Legendary Skin von dem und der Rest ist schon vorhanden ist ja witzig ja der ist eigentlich ganz cool ich habe aber den Clown Skin für den ich weiß jetzt nicht ich könnte ja mal ausprobieren ich könnte ja wechseln immer der ist nämlich auch ganz cool so Scarecrow mäßig mit dem komischen Rad und so ganz cool ganz cool ja dann würde ich sagen wir sehen uns vielleicht bei einer nächsten Folge von Overwatch bis dahin tschüss 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 tschüss